Hey, was ist hier los? Warum ist Banikula in diesem Käfig? Banikula wurde für was beschuldigt, was er nicht getan hat. Na und, was soll's? Banikula kann sich einfach in Luft auflösen und ist da raus. Komm schon, Banikula. Puff! Kling, die holen wir uns da! Da haben wir sie getan! Ich kann sie tun, Kapitän, ich kann sie tun! Er sagt, der Käfig ist verzaubert und er kann nicht raus. Hm, Banikula steckt da drin fest. Und wir müssen den Verantwortlichen finden. Wie es aussieht, haben wir ein kompliziertes Rätsel zu lösen. Oh, wow! Das ist ein Job für den besten Detektiv, den es jemals gab. Keine Sorge, du Schlawiner. Sherlock Chester und sein treuer Gefährte, Helmut Watson, übernehmen diesen Fall. Nun dann, Watson. Das Spiel ist im Gange. Bis dann, Hasi. In diesem Spiel müssen wir wohl viel gehen. Ich verstehe nur nicht, wie man so einen Fall lösen soll. Siehe da, Watson. Der Tatort. Banikulas' Körper wurde hier gefunden. Dieser Ort gibt ohne Frage Sicht auf drei Zugänge frei. Dort, dort und dort. Nun, Watson. Unser Schuft, den wir suchen, hat vielleicht einen dieser Zugänge benutzt, um sein feiges Werk zu verrichten. Obacht, Watson. Ein einsames Glas steht auf dem Küchentisch. Ist daran etwas eigenartig? Äh, es ist halb voll. Korrigiere. Es ist halb leer. Ah, uh. Nun stellt sich die Frage, wo kommt dieses Wasser her? Bei näherer Betrachtung erkenne ich einen dünnen Film einer Flüssigkeit auf diesem Boden. Könnte unser Verbrecher diese Flüssigkeit womöglich als Schmiermittel benutzt haben, um seine rutschige Flucht zu beschleunigen? Es könnte auch Kondenswasser sein. Kondenswasser? Es gab eine Warmwetterfront vor der Küste, die 92% Luftwaltigkeit zur Folge hatte. Oh ja, ganz recht, ganz recht. Ja. Was liegt uns hier vor? Eine Dose mit Luftlöchern. Oder Bissspuren. Ja, ja, ja. In der Tat, natürlich. Bissspuren. Herrje, hast du das gehört? Also, ich vermute, das war ein Poltergeist oder eine Art Phantomziegel. Watson, alter Freund. Anscheinend haben wir unseren ersten Hinweis im Fall der Phantompolterziegel. Eine Blase Pfeife. Bannicula, mein Freund, gute Nachrichten. Wir glauben, dass eine Phantompolterziege die Schuld an deiner derzeitigen Misere trägt. Bannicula? Geht es dir gut, alter Freund? Ich finde, du siehst aus, als seist du von Sinnen. Er sagt, der Käfig verändert ihn. Ein solches Erscheinungsmerkmal ist nicht ungewöhnlich für... Was war das? Da ist der Bannicula! Bannicula sagt, es verändert ihn immer mehr. Dann verweilen wir nicht länger und schreiten fort. Das ist ja nicht zu fassen. Hä? Oh. Watson, der Übeltäter schlug er noch zu. Oh. Ich bin mir sicher, dass das wieder dieser Nichtsnutz bei Nicula war. Ich sag es nur ungern, Mina. Aber wir sollten darüber nachdenken, ihn zur Adoption freizugeben. Warte, nein. Das kann er nicht gewesen sein. Er ist doch die ganze Zeit in seinem Käfig gefangen. Tut mir leid, Mina. Aber wer soll's sonst gewesen sein? Schluss mit der Trödelei. Unser alter Freund bei Nicula steckt in einer vertragten Situation. Die Polterziege. Wir müssen Bannicula über die aktuellen Entwicklungen informieren. Bannicula, alter Freund, die Polterziege hat wieder zugeschlagen. Sie hat dich in eine missliche Lage gebracht. Bannicula? Nein! Wir müssen ihn rausholen! Das war überaus unangenehm. Ich bin stärker. Vielleicht halte ich es aus. Harold, warte! Du hast recht, das war echt unangenehm. Ups, Entschuldigung. Mach schon, Bannicula. Komm wieder zu dir. Hier sind Sarsi, deine Freunde. Entdecke noch mehr coole Videos, indem du den Boomerang-YouTube-Channel abonnierst. Wir müssen dich im Moment undстрitur Bitcoin. Vielen Dank.